Na, wie schaut es heute Morgen bei euch aus? Ist da auch alles tief? Verschneit Deutschland ein Wintermärchen? Postet gerne mal euren Kommentar hier unter diesem Wettervideo. Ja, heute Morgen fällt es zum Teil kräftiger Regen. In den höheren Lagen ist es hier und da auch Schnee, Regen oder Graupel. Aber wie gesagt, für schneebedeckte Landschaften hat es fast nirgendwo gereicht, nur in den höheren Lagen hier und da. Wir schauen uns gleich mal aktuelle Webcam-Bilder an vom Voralpenraum und gucken mal, wie viel Schnee da wirklich liegt. Ja, und die Kältekugel, die ist aber trotzdem da. Die ist genau über unseren Köpfen und diese Kältekugel, die erreicht am Sonntag ihren Höhepunkt und liegt dann wirklich fast komplett einmal hier über Deutschland. Wir haben minus 32 Grad über Berlin bis zu minus 34 Grad über Frankfurt am Main. Wir sprechen von einer Höhe von 5500 Metern. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Das ist schon eine eisige Kälte dort oben für die aktuelle Jahreszeit. Und wir sehen auch, diese Kälte ist dann ziemlich abgeschlossen zum Sonntag hin. Und diese Kältekugel rollt dann weiter Richtung Mittelmeerraum und dahinter ist es bei uns in der Höhe nicht mehr ganz so kalt. Aber diese Kälte sorgt dafür, dass es weiterhin zum Teil auch unten kräftige Graupelschauer geben kann. Graupelgewitter, typisches Aprilwetter. Und wir schauen auch mal, wie geht es weiter zum letzten Aprilwochenende. Und da deuten sich tatsächlich wieder steigende Temperaturen an. Das schauen wir uns alles gleich hier in diesem Wettervideo an. Aber erst mal der Blick auf die Höchsttemperaturen von gestern. Also das große Frieren war in vielen Landesteilen nun wirklich nicht angesagt. Jetzt drehen wir das Ganze mal um und schauen uns die tiefsten Höchsttemperaturen von gestern an. Eisige Kälte allerdings auf fast 3000 Metern auf der Zugspitze mit minus 8,7 Grad. Der Feldberg knapp 1500 Meter hoch, minus 1,9 Grad. Großer Aber, minus 0,8 Grad die Höchsttemperatur gestern auf dem Fichtliger plus 0,1 Grad. Sind aber alles ziemliche Höhenlagen. Und auch ansonsten eigentlich die tiefsten Temperaturen überall oben auf den Bergen gemessen. Hohenpeißenberg 3,2 Grad, die Schmücke im Thüringer Wald 3,9 Grad, der Karle Asten im Sauerland 5,1 Grad. Und die Frühwerte heute Morgen zum Teil Luft- und Bodenfrost. Hier mal der Blick auf den großen Aber. Heute Morgen minus 4,0 Grad, der Feldberg minus 3,4 Grad, Zwiesel minus 0,9 Grad, Schmücke minus 0,5 Grad, Dachsberg, Baden-Württemberg minus 0,4 Grad. Heute Morgen, naja, und das sind die Schneehöhen noch von gestern zwar, aber wir sehen hier fast überall eine Null. Das heißt, der eingangs erwähnte Satz mit dick verschneiten Winterlandschaften passt natürlich ganz und gar nicht. Da haben wir teilweise im Schwarzwald hier so einen kleinen Klecks, aber auch hier im Voralpenraum ist stellenweise Schnee gefallen in den höheren Lagen und auch hier im Bayerischen Wald. Und jetzt schauen wir mal rein in die Voralpenregion nach Bad Tölz und wir stellen fest, naja, Schnee ist zu sehen. Seht ihr ihn? Man muss die Kamera schon ein bisschen näher ran zoomen eigentlich. Hier hinten, da ist so ein bisschen was weiß geworden, aber ansonsten sehen wir auch hier im Voralpenraum ist wenig Schnee zu sehen. Auf der aktuellen Webcam-Aufnahme sieht man übrigens hier oben das Datum. 19.04. ist von heute Morgen, könnt ihr gerne mal draufgehen und selbst euch überzeugen davon und wir schauen nach Garmisch-Partenkirchen. Auch das von heute Morgen, 7 Uhr, ein aktuelles Webcam-Bild. Auch hier, naja, mit viel Schnee ist nichts zu wollen, nur hier hinten auf den Bergen ist es so ein klein wenig weiß, aber ansonsten Garmisch-Partenkirchen doch weitgehend schneefrei. Könnt ihr selbst nachschauen hier, hier ist die Quellenangabe, geht mal drauf und schaut euch mal die Webcam-Bilder etwas genauer an. Ja und gestern hatten einige gesagt, so kalt wie in diesem April ist es schon lange nicht mehr gewesen. Da muss ich mal ein Veto einlegen. Hier ist die aktuelle mittlere Temperatur für diesen April. Sie fällt langsam knapp unter 12,0 Grad, aber wir vergessen ziemlich schnell 2021, 2022, 2023 war der April deutlich kälter gewesen als dieser April. Also da müssen wir noch ganz schön runtergehen, um das hier unten zu erreichen. Wie gesagt, der Mensch vergisst wahrscheinlich ziemlich schnell die vergangenen Jahre, aber wir sehen hier 21, 22, 23 war der April schon mal deutlich kälter gewesen. Ob wir da noch hinkommen in den nächsten 6, 7, 8 Tagen, das wage ich mal arg zu bezweifeln. Wir schauen auf die Regensummen bis zum 30. des Monats. Insgesamt im Osten weniger als nach Westen. Im Westen nochmal 30 bis 50, im Schwarzwald teilweise 80 bis 90 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch hier im Alpenvorland bis zu 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Auch im Norden wird es nochmal nass sein in den nächsten Tagen 40 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Ensemble-Prognose für Duisburg bis zum 5. Mai zeigt uns, zunächst geht es kühl weiter, dann geht das Mittel langsam Richtung 15 Grad Marker. Es bleibt aber wohl wechselhaft. Auch zum Starten im Mai hinein immer wieder Regenschauer oder einzelne Gewitter. Und wir schauen mal nach München. Da habe ich mal eine Linie eingezeichnet. Weil gestern wurde auch diskutiert, die Ensembles würden keine steigenden Temperaturen zeigen. Na ja, jetzt sehen wir mal hier die Ensemble. Das Mittel geht rauf von 5, so langsam auf 15, 16 Grad. Deswegen mal diese Gerade hier eingezeichnet, dass man mal sieht, dass es eigentlich doch ein bisschen ansteigend zu sein scheint bis zum Monatswechsel. Und ja, aber auch hier gilt, immer wieder ist Niederschlag mit dabei. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Freitag. Ein ziemlich wechselhaftes Wetter. Ein Tief über Norddeutschland. Immer wieder ziehen hier Tiefausläufer vorüber. Und die bringen eben auch heute sehr wechselhaftes Wetter. Regenschauer, Graupelschauer. Mittendrin auch mal kurze Gewitter. Tagestemperaturen gerade mal um die 5 bis 10 Grad. Und der Wind, der weht ordentlich, zum Teil auch stürmisch aus westlichen bzw. nordwestlichen Richtungen. In der kommenden Nacht, da gehen die Temperaturen zurück auf Werte um 3 bis 0 Grad. Stellenweise Schneeringen, Gipfellagen, ansonsten Regen. Später lockert das Ganze ein klein wenig von Westen her auf. Morgen am Samstag weiterhin Schauerwetter bei 6 bis 10 Grad. Immer wieder Regenschauer. Und dann kommt ja dieser kälte Höhepunkt quasi über unseren Köpfen am Sonntag. Macht sich aber unten am Erdboden nicht so wirklich extremst bemerkbar. Wir sehen Temperaturen um die 8 bis 11 Grad. Diese kalten Luftmassen, die wir aktuell bei uns haben, hätten wir die im Januar gehabt, dann hätte es wahrscheinlich für weiß verschneite Landschaften gereicht in Deutschland. Aber jetzt zu dieser Jahreszeit ist das eben nicht mehr drin. Temperaturen, wie gesagt, am Sonntag 8 bis 11 Grad. Wechselhaft bleibt es. Und auch der Montag durchwachsen. Ab und zu ein paar Regenschauer, ein Mix aus Sonne und Wolken. Temperaturen so 5 bis maximal 12 Grad. Dann zum Dienstag bis zu 13 Grad. Teilweise nach Osten hin. Und immer wieder kann sich mal die Sonne blicken lassen. Insgesamt beruhigt sich die Wetterlage, was die Graupelschauer und die Regenschauer angeht. Und auch am Mittwoch geht es überwiegend ruhig weiter. Tagestemperaturen 9 bis maximal 14 Grad. Ab und zu auch mal ein bisschen Sonnenschein. Und der Donnerstag dann wieder ziemlich wechselhaft. Neue Schauer, teilweise Gewitter. Das Ganze bei Temperaturen um die 9 bis maximal 13 Grad. Und der Freitag nächste Woche Temperaturen 10 bis 15 Grad. Ab und zu Sonnenschein im Norden, einzelne Regenschauer. Und dieser Trend zur Erwärmung könnte sich dann am letzten Wochenende des Monats fortsetzen. Samstag in einer Woche 14 bis 19 Grad. Sonntag in einer Woche 15 bis 22 Grad. Und dann Richtung letzter Apriltag 17 bis 24 Grad. Wären dann möglich am Montag, am übernächsten Montag. Also ein leichter Trend zur Erwärmung ist da erkennbar. Aber erst mal kommen Montag und Dienstag. Und die bringen noch mal vor allen Dingen am frühen Morgen Frostgefahr. Und der könnte dann wirklich kritisch sein. Denn viele Bäume, viele Pflanzen stehen schon in voller Blüte. Und das wären die zwei Meter Temperaturen am kommenden Montagmorgen. Und wir sehen hier im Osten und im Süden teilweise 0 bis minus 2, minus 3 Grad. Im Westen nicht ganz so kalt. Aber auch hier ist Luftfrost ein Thema. Und zumindest überall verbreitet Bodenfrost. Das kann also kritisch werden. Und wir schauen auf den Dienstagmorgen. Auch hier verbreitet Luftfrostgefahr in Deutschland. 0 bis minus 3 Grad. Am Erdboden teilweise bis zu minus 5 Grad. Das ist die Prognose für Dienstag vom GFS-Modell der Amerikaner. Wir schauen mal auf das deutsche Wettermodell. Aber auch das macht am Dienstagmorgen ziemlich viel Kälte. 0 bis minus 1, minus 2, minus 3 Grad. Ist normal für die Jahreszeit, kann passieren. Aber wir haben eben diese sehr, sehr warme Vorgeschichte. Zwölf Wochen lang war es von Januar an nicht mehr winterlich. Sehr mild gewesen. Da hat schon alles gut geblüht. Und jetzt kommt dieser Frost noch verspätet. Wir hatten es befürchtet schon. Und das kann natürlich für schwere Schäden sorgen an den Pflanzenkulturen. Das könnte, wie gesagt, kritisch werden. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 4. Mai. Auch hier sieht man die langsame Erwärmung Anfang Mai. Dazu immer wieder mal einzelne Regenschauer. Wir schauen weiter nach Westdeutschland. Auch hier zunächst um 10 Grad. Später 15 bis 18 Grad. Immer wieder einzelne Regenschauer. Wir gehen schnell durch. Auch im Osten nichts Neues. Temperaturen zunächst knapp unter 10 Grad. Dann auch hier langsam ein Temperaturanstieg. Richtung 15, 16, 17 Grad. Mittendrin immer wieder einzelne Regenschauer. Und auch im Süden die gleiche Wetterentwicklung. Ganz langsam Richtung Mai wird es wieder etwas wärmer. Mittendrin immer wieder einzelne Regenschauer. Und auch in der Landesmitte eine ähnliche Wetterentwicklung. Zunächst um 10 Grad. Danach eine Erwärmung Richtung 15, 16, 17 Grad. Aber hier bleibt es auch dabei, immer wieder sind Regenschauer zu erwarten. Das war es vom Wetter am Freitag. Also aufpassen, Montagmorgen, Dienstagmorgen und auch Mittwochmorgen. Wer da früh draußen unterwegs ist, vielleicht mit dem Fahrrad, der sollte wirklich schon mal die Handschuhe rausholen. Und die Mütze, die dicke Jacke, da ist es wirklich eisig kalt nochmal. Vor allen Dingen gefühlt im Vergleich von vor einer Woche, da hatten wir ja nochmal ein sommerliches Wochenende mit 20 bis 25 Grad, wird es eben da relativ kalt sein. Aber wir sehen auch, Richtung Mai geht es langsam mit den Temperaturen wieder nach oben. Vielleicht sogar auf 20 bis 25 Grad. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.